Hier haben wir eine Webasto Standheizung in einem Gehäuse. Da wir keinen Unimog haben, nehmen wir den Strom aus einer Steckdose. Der kleine Tobi wird uns nun mal zeigen, wie die Maschine angeht. Tobi, du musst den oberen schwarzen Knopf drücken. Dann ist die Maschine startklar. Dann drückst du den roten Knopf. Ja genau. Und jetzt dauert es ein wenig, bis die Maschine vorgeglüht ist. Jetzt hat sie genug vorgeglüht. Stufe 2 ist aktiv. Gleich hören wir, jetzt kommt sie schon. Vollautomatisch, alles. Jetzt ist der Brennwächter da. Die Maschine läuft auf Temperatur. Gut gemacht, kleiner Tobi.